bessere truppentypen sehr schön bitte keine flotten technologie erforschen danke und der kaiser ist ja auch gerade nicht so der boss besser so was will ich als nächstes erobern suchen wir sein nettes ziel wie wär's mit luxemburg zypern was da ich will sie beschützen ja österreich ist mir schnurz also hier auslöschung der ketzerei alliierten einladen österreich wird einsteigen oder nicht ja endlich wieder mal kriegen mit österreich auch was schönes haben wir schon so lange nicht mehr gehabt gut hier unten haben wir noch ein paar generäle die frage ist natürlich ob ich es nicht wirklich vielleicht noch hier mal ein paar provinzen nehmen soll das war gar nicht mal so schlecht ja das ging sich wieder mal nicht aus war irgendwie voraussehbar zur hölle mit wem auch immer dann geht ihr bitte mal hier hin zwei stabilität zwei diplomaten verlieren sechs rufen sechs rufen zwei diplomaten ziehen prestig wau ein sehr nettes ereignis ihr geht nach brest hier und ihr geht nach in brest hier haben wir gesiegt dann werden wir die wörter aus schwitz auch noch vertreiben nein österreich so einfach werdet ihr nicht davon kommen tut mir leid ihr trefft euch in st gallen und bildet dann bitte eine angriffsgruppe gegen österreich gleich gut und jetzt entspannen wir hier sämtlichste einheiten nach schwitz wow 165 mit extremen malus aber sollte nicht weiter schaden auch noch pietma österreichische armee vernichtet sehr schön ich will lieber noch ein paar einheiten weg bevor hier alles kriegsmöglichkeit erstickt okay das finde ich jetzt nicht allzu schlimm ähm 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 limousin okay luxemburg und herbergang nicht uns aber jetzt oder ja so gehört das hier zu zypern ist unser hauptgegner spannend durchaus sehr spannend so liebe zyperner wir können von zypern direkt das zeug also na was richtig die provinzen fordern das ist natürlich sehr nice okay irgend einer meiner verbündeten sollte bitte mit einem schifflein ein paar truppen nach zypern befördern wie wäre es denn wenn ich euch direkt so geht gar nicht okay nein irgendwie sind die kriege nicht mehr spannend es ist nur noch ein wir gewinnen und dann gewinnen wir nochmal und dann nochmal und verlieren keine einzige armee und keinen einzigen soldaten und allgemein gar nichts einfach okay limousin verloren ist mir relativ egal mal sehen hier was wären denn ein paar nette nationen zu entlassen tja wenn wir alles entlassen könnten was sich natürlich nicht ausgehen wird aber was will ich denn eigentlich von österreich will ich sie noch mehr schwächen irgendwie schon oder soll ich aber selber provinzen von ihnen entgegen nehmen so zypern wir haben 59 prozent wie wärs mit treviso was das würden sie schon nicht annehmen nur luxemburg schon etwas wenig das ist ja mir hier okay ja ich hole euch später zurück weil das ist jetzt hier wirklich schon langweilig also bis gleich okay mit österreich werde ich fürs erste mal frieden schließen und zwar geben ähm wenn sie zwei nationen hier entlassen und hier auch noch ein bisschen ähm kernprovinzen aufgeben okay okay und dann schließe ich noch mit zypernfrieden und zwar genau so und so nein ähm ey ich brauche euch auch keinen vassalen zypern dann nehmen wir euch noch euer ganzes geld okay geht nicht wisst ihr was passt auch so so wohl an bereich verlassen bitte und sehr schön ähm tja die frage ist jetzt nur was tun wir über den Rest des Let's Plays denn wir haben noch ja doch einige Jahre auf jeden Fall und irgendwie gar nichts tun wäre wohl nicht so spannend also unsere Vassallen und wir sind jetzt wirklich mächtig genug die Grenzen sind überall sehr schön Das einzige, was ich eigentlich noch will, ist Kroatien annektieren und vielleicht die Karpaten und die Walachei oder so, aber ja, es gibt nichts mehr wirklich zu tun. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich werde es vielleicht mal ein Stück länger auf 10 Jahre oder so nicht aufnehmen, es sei denn, es passiert was sehr Spannendes und euch dann zurückholen, sobald ich irgendwas Großes wieder mache. Bis später. Okay, da mein Ruf so extrem niedrig ist, ich weiß, das ist nicht das große Spannende, was ich angekündigt habe, und es sind nicht 10 Jahre vergangen und nichts, aber irgendwie habe ich sonst gar nichts zum Aufnehmen, also machen wir mal einen kleineren Krieg hier gegen Epirus. Ja, toll, 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 toll. Okay, sind ja sogar ein paar Nationen eingestiegen, die alle sehr interessant sind, außer Sizilien vielleicht, aber die anderen, eben um meine Vassallen zu stärken. Ja. Und ich werde jetzt, glaube ich, wirklich einfach mal gar nichts tun. Gar nichts, wirklich gar nichts. Mal sehen, ob trotzdem ein Sieg möglich ist. Ich denke, ja. Okay, die Ukraine scheint einzumarschieren hier ein bisschen. Die Karpaten. Ah, die gehören zur Ukraine. Das heißt, wir werden Polen stärken durch die Ukraine und Epirus stärken. Und wird es nötig sein, dass ich etwas tue? Nein, eindeutig nicht. Sizilien will Weißen Frieden, aber ich nicht. Ihr seid vermutlich, ja, zu teuer. Ich wünsche, ja, nach dem, was mir da ist. Ich wünsche dir Illustbart. Wir halo. Wir loversen.